Jango. Servus, grüß euch. Ich bin Maximilian Fischer, zum Chef hier im Spöckmeier seit drei Jahren. Also ich bin Ilka, ich arbeite seit zweieinhalb Jahren beim Stiftel. Ich bin der Christian, ich arbeite seit 20 Jahren zum Spöckmeier. Hallo, ich bin die Regina, ich arbeite hier beim Spöckmeier als Kellnerin. Ich bin die Verena und ich bin hier im Spöckmeier-Team im Veranstaltungsbüro und mache meine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. Das Besondere bei uns am Spöckmeier ist, dass wir hier sehr traditionell bayerische Küche haben, im Herzen Münchens direkt am Marienplatz sind und es bei uns täglich rund geht. In Kontakt mit so vielen Leuten natürlich zu sein, das ist sehr schön, man lernt immer was dazu. Also besonderes Spaß macht mir hier beim Spöckmeier ist, dass ich so viele Leute kennenlerne, dass man auf jeden Fall internationale Leute hat. Ich denke, was die am meisten an uns schätzen, ist die hauseigene Metzgerei. Dafür sind wir sehr berühmt, wir machen alle unsere Würstchen selber. Besonders viel Spaß macht es mir jeden Tag, dass man wieder neu herausgefordert wird und die Zufriedenheit der Gäste gewährleistet. Die Teamarbeit hier im Spöcki ist super eng und man spricht alles nochmal ab und das finde ich total super. Es ist sehr familiär. Wir sind immer auf der Suche nach guten, nach motivierten Leuten, gerade im Service oder auch in unserem Küchenteam. Wir freuen uns über alle, die sich herzlichst bewerben und gerne bei uns ins Team gehören möchten. Bewirb dich, denn es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn auch du deine Chance nutzt und dich bei uns im Team bewirbst, zu uns im Spöckmeier kommst. Wenn ihr Lust habt, in einem motivierten, herzlichen und bayerischen Ambiente zu arbeiten, dann seid ihr bei uns genau richtig. Musik 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 Musik